Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir spielen weiter. Wir machen den Spindes auf und gehen dann noch schnell den Safe aufmachen. Ich habe zwei Tapes gefunden. Ich dachte, es wäre etwas Interessantes drin im Locker, wie Schrot vielleicht hinten, Sturmgewehre. Ich habe zwei Tapes gefunden. Ein von ihnen ist auf 10 Oktober. Das ist der Tag nach dem ersten Mal, die wir gesehen haben. Schauen Sie es in. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Das ist der Tag nach dem ersten Mal. Vielleicht ist das besser. Ich habe alle letzte Nacht gestartet, darüber zu denken. Warum versuchen wir sogar zu überleben? Um zu leben, wenn es das ist, was es braucht. Wenn es das ist, was uns in. Ich mache keine Regeln, Anna. Dr. Ich bitte Sie, bitte, helf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du es wieder versuchen. Aber für heute müssen wir das tun. 4-2-9-2. 5-2. Nein. 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 Wir wissen, was passiert zu Crawford. Wir haben noch ein Band. Antibiotika, Morphine. Wir nehmen so viel davon, wie wir tragen können. Okay, ich denke, wir sind gut. Das ist mehr als genug für eure Leute und meine. Los geht's! Du weißt, ich habe eine dritte Tape in der Lager draußen gefunden. Vielleicht gibt es noch etwas anderes. Wir haben die Medien für Omede. Das ist alles, was ich mich interessiere. Wir gehen zurück in die Klasse. Nicht zu lange, Lee. Haben wir das nicht schon? Oh, jetzt kann ich das nicht jumpen. Scheisen! Mann! Ehtt kannst du ehrlich sein? Gott, 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 Gott. Wie sollt ihr wissen, die Prinzipien sind sehr klar. Die Beبي ist zu nah- Personal的, zukünftige Wiederer dryer. Man muss ihnen sie nicht sagen. Sie haben es nur eine eine Nose. Sie haben mir gewandelt und es referred嘗. Es ist es mein Problem, nicht dein. Wenn Obersen herausst Independ, piacell ich die Jugendhalbe? Ichalsch, aber diese sind die Prinzipien. Ich werde dir einen Sedat. Das Annffen bräst du ihnen mehr aufunnere. Ich will nicht die Prozedur! Ich will mein Baby! Ich kann das nicht tun! Ich kann das nicht tun! Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dabei nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommst. Oder ich habe keine Wahl, nur zu informieren von mir selbst. Ich bin sorry. Gut. Mann, zu Ende. Scheiße. Jetzt muss ich das nochmal gucken. Das ist so ein Nerf. Was ist 1.3 jetzt? Komm! Hude Hell! Ich habe das alles, aber ich muss mich auf die Veränderung geben. Das ist der letzte, was ich dir geben. Warum? Obersen hatte jemanden hier hier gestern, mit dem Inventor. Er ist wirklich krank. Ich kann es nicht riskieren. Wir hatten ein Verhältnis. Ja, wir hatten ein Verhältnis. Wir haben nicht mehr. Meine Frau braucht diese Medizin. Without es, sie wird sterben. Oder sie wird starten, die Symptome, und sie wird sie wegnehmen. Ich kann das nicht passieren. Ich bin sorry, Molly. Ich habe alles getan. Ich kann das nicht, aber ich muss mich selbst herausfinden. Ja, das ist der Crawford Weg, nicht wahr? Well, scheiße. Gut. Was ist das? Was ist denn dann noch? Das ist nicht so. Ich habe es noch. 4 Minuten Medikamente schnell. Auf. Achso. Jesus Christ! Oh, du hast mich den Scheine meint. Werde du da hast? Die denn die Schreie haben Sie? Sightseeing. Ich werde die Batteriesided nehmen. Oh, ja. Auf hatte es. Na gut, was haben wir, dann können wir jemanden jetzt loswerden. Was ist das? 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 Ich kann nicht. Das Lock war geschlossen. Great. Juste schön. Komm schon. Es muss eine Art hier rauskommen. Das wird nicht behalten. Rückseite. Das ist ein gutes Magazin. Verdammt. Ach. I-ach-kall. Na geht da. Nice, nice Oh, hold on, it's kind of moving to him there Oh, die Ochs. Nein. Die Ochs. Scheiße. Hier. Ich denke, wir können das machen. Na, was sind wir warten? Geh, geh! Komm schon, gehen wir! Oh, das Scheiße ist gut. Das wird jetzt wieder eine flöte Entscheidung werden. Oh, kakao. Krista? Alles okay? Oh, mich! Oh, mich! Oh, mich! Oh, mich! Oh, mich! Oh, mich! Hold on. Is he... ...dead? Krista, nicht! Bleib zurück! Ich sollte dich nicht verlassen. Ich bin so sorry. Krista, weg von ihm! Hey. Schon wieder? We got you medicine. Good. Feel like I could use some. Where's Ben? He... ...didn't make it. What happened? Dumb son of a bitch nearly got us all killed. Lee stepped up and did what he had to. That's what happened. Thanks a lot. You did the right thing. Trust me. She'll understand. Man, I hope so. I'm gonna go start work on the boat. Okay. With a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes. Thank you so much. Maybe now is a good time for you and me to have a little talk. In private. Listen to me. About what happened to Breed? Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now. And we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours? Putting everyone on a boat with no destination? Do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me, to my people. We're well supplied. Well hidden. And a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you. I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? You're coming at me with a lot of your honor. I need to think it over. Of course. Take your time. But I want you to think about some things. You chose to let that boy die back in Crawford. I gotta wonder about the morality of the kind of man who would do something like that. I got to wonder what kind of parent you'd be. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I... I... I just wanted to say thanks. For everything. It's been fun. So that's it? After all we've been through, you... You're just gonna leave? Yeah. I figured you don't owe me anything. I got what I wanted in Crawford. And I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. I'm not real big on Dubai's. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. She reminds me of me. Bye. Bye. Then go to Clementine. Let's talk about it. Let's talk about it. I don't know. We'll figure it out. We always do. Clem, honey. What's wrong? What happened to Ben? What did Kenny mean when he said you did what you had to? Clem. You have to believe me. I tried to save him. But Ben didn't want me to. What do you mean? What Ben did was very brave. He knew we were running out of time. And that saving him might put everyone else in danger. So he told me to leave him behind so the rest of us could get away. I know that's difficult to understand. I understand. You do? Yeah. He thought about other people before he thought about himself. My mom always told me that's what makes a good person. Well, she was right. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem. But I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. She doesn't want to do anything. And they always remembered. We're calm. Nothing's not bad. Thanks. You don't remember what happened? Das war's. Das war wohl mit dieser Episode. Habe ich jetzt mal das Gefühl dazu. Clementine? 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 Oh Gott.